das kann das produkt beziehungsweise das kann das produkt für dich tun für deine zukunft im bereich trading was ist möglich innerhalb von kurzer zeit von mittlerer oder von langfristiger zeit das möchte ich mal kurz erklären und zwar gehe ich davon aus du bist einsteiger absolute anfänger was das trading angeht kommst du vielleicht aus dem bereich affiliate marketing oder hast einen normalen job wie jeder andere da draußen und du möchtest dem hamsterrad entfliehen dann wirst du schon gehört haben mit dem trading kann man sehr viel geld verdienen das ist richtig man kann sehr viel geld verdienen ich verdiene als einsteiger schon mal einige tausend euro innerhalb von kurzer zeit und dahin war es aber auch langer weg man kann das ganze nebenbei hier starten gar keine frage das heißt wenn du deinen job hast und ich nebenbei mit dem trading beschäftigen möchtest dann ist das hier genau der richtige kurs um mit der materie zu starten warum ist es so ganz einfach du hast den druck nicht dass du hier geld verdienen musst ja sondern hier geht es erstmal explizit nicht ums geld verdienen sondern um die grundlagen um das fundament zu schaffen und das kann der kurs für dich tun du kannst natürlich auch wieder schon mal erwähnt hat sich das ganze aus dem internet aus youtube videos zusammensuchen und wirst dann aber sehr schnell auch überfordert sein mit dem ganzen system weil es doch sehr komplex ist und sehr kompliziert du wirst zum anfang nicht wissen was du wirklich machen möchtest weil train ist nicht nur einfach train sondern es gibt verschiedene möglichkeiten des tradings es ist toll dass uns die möglichkeit als sozusagen kleiner bürger gegeben ist an der börse geld zu investieren früher war es nicht möglich zu meiner zeit als ich noch relativ sehr jung war ging es also nicht das hat das internet erst für uns möglich gemacht und das sollten wir auf jeden fall nutzen das heißt wenn wir nicht weiter auf banken vertrauen möchten die uns hier mit negativ zinsen mit einer zinspolitik eben so nach unten drücken dass es nicht mehr möglich ist kapital anzusparen bzw kapital erstmal zu schaffen dann solltest du überlegen mit dem trading einzusteigen wenn du aber jetzt denkst du kannst innerhalb von kurzer zeit hier tausende oder zigtausende euros verdienen dann würde das nicht funktionieren das dürfte der klasse das muss ja auch klar sein denn dafür gibt es andere möglichkeiten wie zum beispiel affiliate marketing infomarketing oder was weiß ich einfach darauf zu spekulieren dass der bitcoin kurs jetzt die nächste woche auf 20 oder 50.000 dollar steigen wird ja trading ist kein glücksspiel trading ist ein handwerk wie jedes handwerk kann man das erlernen und du hast die möglichkeit mit diesem einsteigerkurs vorwegsausbildung dir die grundlage zu schaffen das fundament zu legen für eine ausbildung im bereich trading